Moin Leute und Willkommen zu einem neuen Video zu Let's Play Capture the Flag Hitchhacket Black Ops 2 Runde 1 von 2. Heute mit dabei der THX-Freak vom X-No7-Glan. So und wir legen los mit der MTHR Leute und der SMAW. Heute ein Special Video in Verbesserter Videografik. Nur für euch. Und der Wechsel zum neuen Host Leute. Wir sind gespannt. Was kommt jetzt? Was ist los? Es ist dunkel. Hitchhacket ist angesagt. Und drei Sekunden noch. Und es steht noch 0 zu 0. Ich denke da ist noch alles offen Leute. Da können wir doch noch was reißen. Vielleicht eine Mob. Oder vielleicht so ein Spinnenviech. Auf jeden Fall schauen wir mal. Ah la 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 la. Palim palim. Du bist tot glaube ich. Oh ich glaube da vorne ist noch mal ein Kill für mich. Ich geh lieber rein. Das gucken wir uns aber nochmal an. Das sieht aus wie die RPG die er mich gerade ausgeschaltet hat. Oh. RPG ist natürlich eine ganz tödliche Waffe. Jo ich rabbel mich doch wieder auf. Oh ich sehe nur den Flaggenträger Digga. Ich schaffs nie den Flaggenträger zu töten im Spiel. Das schaff ich einfach nicht. Immer wenn ich das versuch den Flaggenträger zu töten werde ich selbst getötet. Die Verbindung zum Wireless Headset wurde unterbrochen. Ihr glaubt gar nicht was für Probleme ich mit diesem Wireless Headset habe. Es stürzt immer ab. Immer wenn ich mit Leuten zocken will. wie Sendfreunden stürzt es ab. Und ich muss es immer aufladen. Ich glaube das Ding ist schon alt und wegen dem muss ich es immer aufladen. Das ist auch ein bisschen kaputt. Ich lade es auf und nach 15 Minuten ist es schon wieder leer. Oder einer THC im Aztec drin. Das ist ja mal lustig Digga. So ein Schiss hätte ich auch gern. Aber da brauchst du noch ein paar Millionchen. Da muss ich noch ein paar Millionen schäffeln Digga. Da muss ich noch ein paar Stunden in der Küche schuften. Schon eine schöne Yacht hier. Lalalalala. Gehen wir mal hoch. Scheint alles leer zu sein. Außer ein paar Schuhe die hier am Boden liegen. Okay. Habt ihr das gehört? Das war mein Vater. Der schreit. Hey willst du was zum Essen haben? Nein Digga will ich nicht. Also ciao bis zum nächsten Mal. See you later. Alligator. Euer YouTube Gamescom. Ich hoffe es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.